Nop, cool, ja, brrrr, skurr. 2, 3, 2, 1, go! Na ihr Kleinerffen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, keine neue Runde, zu einer Runde Flash auf dem Bergwerk-Labserver. Möchtest du den typischen Map-Ansager machen? Wir spielen die Map-Biomes von Yoshi. Aber nicht, dass ihr deswegen jetzt denkt, wir spielen ja alle Maps. Nein, das ist keine Reihe. Und wir machen auch nicht das Video nur, wenn wir gewinnen, dafür sind wir zu schlecht. Ja, wir haben nämlich noch nichts gewonnen. Nein. Ich bin schon immer froh, wenn ich einen Checkpoint habe. Also vorhin war ich ja besser. Jetzt habe ich Aufnahmengeriss, jetzt schaffe ich es nicht. Hallo. Ja, äh, ihr seht und wisst vielleicht eh schon, was man ja tun muss. Oh, ich bin hier mal gut. Und, ja, Checkpoints einsammeln und... Doch, und zum Ziel kommen. Hier ist der erste Checkpoint. Aha, verdammt, ich bin... Ach, das war diese... ...aufgeschlagen. Die Map, wo er vorhin... Ja, ich hab ja gesagt, am Kaktus wieder hängen bleibt. Ja. Oh, was mach ich denn? Wie viel stand da? Fünf, das braucht man. Aber ich glaube, am vier... ...warten wir. Wie gesagt, geschafft. Geschafft haben wir noch keine Map komplett. Nein, ich fall hier die ganze Zeit bei dem ersten schon immer runter. Ich hasse es so. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Aber ich glaube, das gefällt mir noch besser... ...habe ich zwar noch nie gespielt, aber... ...gefällt mir, glaube ich, noch besser als Jump League, ja. Ah, hier kann man diese Boost-Platten. Ich muss da solche Geräusche beim... Oh, na... Oh, na, Checkpoint. Oh, na, Checkpoint. Oh, mich. Oh, ah, was tue ich? Nicht sterben. Bist du schon bei den Kakteen? Ja. Ja, verdammt, Alter. Manchmal, wenn man dann so über eine Kante läuft und dann springt... ...dann springt der nicht. So, dann machen die da draußen. Was, die machen Whip? Ne, was machen die da draußen für Geräusche? Auf der Straße. Da zieht schon wieder ein Kind seine Omi ab oder sowas. Stefan und Gero. Okay, ich bin bei den Kakteen. Nein, nein, nein! Oh, ich wusste es, die Insel schaffe ich wieder nicht. Boing! Boing! Und jetzt auf die Kakteen? Dann sneaken wir oder? Nein! Nein! Ich hoffe mal, dass wir nicht die ganze Zeit von einer halben Stunde aus nutzen. Ansonsten denke ich immer, schneide ich was weg, oder? Nibbel die schnapp! Aber da sind ja eh schon etliche vor uns. Nib! Oh, fuck! Da muss man übrigens fluchen bei diesem Spiel. Ja. Und auch solche tollen Geräusche machen. Oh! Oh, das war knapp. Oh! Ach man! Das war daneben. Aua! Komm, bei diesen Kakteen nicht hoch. Von dem ersten Kaktus komme ich auf den zweiten nicht. Auch wenn ich da gerade nicht bin, aber ich kann ja davon erzählen. Das kannst du gern tun. Kannst du mir auch erzählen, dass du beim Eis nicht weiterkommst. Boing! Okay. Oh, verdammt! Ich wollte nicht verklagen. Fuckdammt! Guck mal, hier ist der alte Gymporn. Hä? Hä? Nein! Wie lange habe ich in diesem Jump Boost? Ach, unendlich. Ja, irgendwie schon. Ah! Warum stelle ich mich jetzt hier so an? Kommt der mir noch sagen? Der springt immer direkt. Der nutzt die Kakteen gar nicht. Ach, scheiße. Ich mache das jetzt auch beim nächsten Versuch. Ja, guckt ihn euch an den fünften Checkpoint. Frisch habe ich bestimmt gleich Eis geträgt. Ja. Wie der eine hier vorhin in der Runde, haben wir ja gesagt, dass hier ein Hacker drin war. Und dann... Mach die Hex aus. Okay. Nein, ich bin auch ohne Hex gut. Ja. Ja. Komm schon. Ja. Warum habe ich da nicht mehr gesneakt? Huuu. 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 Huub. Huuu. 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 Wuuu. Huuu. 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 Warum springe ich so früh ab? hast du noch ein thema ich bin auf springen kannst du dich gar nicht reden das ist wie wenn ich schreibe okay wir haben ganze zwei biome geschafft geschafft haben das noch nicht doch da hinten ist einmal versuchte ich selber besser zu reden ja jetzt komme ich hier noch rüber oder was nein wieso ich das ja nicht das punkt die anderen leute verlassen schon don crafter er hat geil ich laufe zurück zum start komm mit robert warte auf mich hier springt ja noch einfach lacht ihr nicht aus ich bin auch manchmal an der ersten station nicht weitergekommen da vorhin bin ich wenigstens noch bis hier irgendwo kommt davon bis zu dem geraden weg auf dem eis aber naja was wollen wir machen ja wir sehen uns in einer weiteren runde ja das war der catch die gta map vor allem suchen wir uns einfach mal die schwersten ach ja ich fahre direkt naja kleinen hoffen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde flash wieso begrüßt du noch mal ist das nicht dieselbe runde wie gerade ach so das weiß ich nicht deswegen habe ich doch noch einen ordner gemacht vielleicht vielleicht ist es neues video vielleicht auch nicht da bist du ja hier spielen wir die gta map von dem hubba jetzt ist er da reingekommen wer ich oder jetzt bin ich reingekommen ich verstehe es nicht ich muss ins becken ja ich bin an dem becken aufgeschlagen ich habe den anderen sprung noch mal geschafft auch schön ich habe ja noch gar nicht ein checkpoint den gibt es ja hier kann es bitte aufhören zurück wo knall ich denn da bitte auf da ist doch noch gar nichts alter jetzt habe ich zum dritten in folge diesen mann kleinen einer sprung macht ja natürlich ruckelt jetzt nicht mehr ich verstehe es nicht ich mal da bei dem einen an irgendwas unsichtbaren kaputt oder so jetzt bin ich wieder drin so und jetzt hier gleich ordentlich hinstellen so dass ich gleich hier hinten mal anfangen guckst du erst mal das cockpit vom fliegzeug an ja was ich mach mal f3 und so jetzt geht es besser ich habe den instant tot noch nicht mal berührt hallo robert denkt daran dich gleich hier so jetzt zu stellen wie du willst nachher ja so jetzt bin ich hier drüben ich hatte nämlich vorher noch mal eine map da bin ich habe ich den checkpoint übersprungen aus versehen und bin dann rückwärts rein gelaufen dann bin ich auch jedes mal rückwärts gespawnt ein bisschen ungünstig gewesen ja klar stefan du hast doch gesagt wie es funktioniert dann habe ich das gemacht ich sage zu robert als wir das die map hier die hat noch nie geschafft sagt robert zu mir naja sag ich wo muss ich ja wo muss ich denn hier wo ich dir dahin da einfach da so schräg rüber und dann habe ich das genau so gemacht jetzt hat das auch gleich wieder geklappt natürlich schön aber du bist auch schon hier ja brauchst du dich doch nicht beschweren ne mache ich mal nicht aber weiter als hier übrigens noch nicht gewesen ich weiß gar nicht war ich vorhin noch weiter er hat bis auf der dicken sinne aber noch kein checkpoint weiter ja hier schon doch den letzten moment habe ich glaube noch den checkpoint ja jetzt ruckelt er wieder rum mir oder speist die per ist denn der spaß die der irgendwoher computer das kann gar nicht sein oh was der heck oh verdammt der ist einfach wieder hoch geflogen dann außerdem ist ja auch verdammt schnell und er hat spielt hack ja bestimmt auch siehst du gibt es auch nicht nicht noch mit schlagen dürfen wir uns geschlagen ist das hier die das gibt es ja jetzt legst du mich einfach runter das würde dir gefallen das wäre schön robert gerade vor mir übel schweren alter der eine hat noch einen mehr schweren alter scheiße ich bin hinter die insel gelandt hinter dieser insel gelandet hinter welcher war dann hinter der auf der du gerade stehst da ist ein block drunter quasi spring ich da zu dem weißen am besten für nein ich hätte auf schwarze gemusst glaube ich mir einzubilden und jetzt auch so und jetzt nein warum macht ihr da mal einen scheiß stop sprung mensch wenn du von links nach rechts springt bin ich auf dieser einen insel wo ich nur noch eins hätte weitergemust zum checkpoint von links nach rechts da ja ja dann ja dann ja auch mal an gut hier bei mir hier in der nähe ist gerade eine buchstelle und darum wird jetzt alles an verkehr hier bei mir durch die straße geleitet ja alter manchmal springt er einfach nicht oder man ist schon so schnell über diese blöde kante gelaufen nein dass man einfach runterläuft da sage ich nur everywhere i go ja ich habe fleiß auf diesen breiten schreibt der vorletzte runter fleißen vielleicht schreibt fleiß sogar falsch geschrieben stimmt fleißen fleißen aber dem der andere weiß es zu gut nein ich spring zu früh die system bleiben ist so mies wenn du wirklich anhältst dass du dann immer einfach so weiter rutscht wie du schon sagst als wäre der untergrund rutschig halt einfach zu schnell blöde 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 das ist wie damals bei den letzten videos aber da hast du mal Zack, 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 zack. Ja, oder... Oder was? Oh, scheiße. Scheiße? Das mache ich jetzt. Oh nein! Das geht aber auch oder so wie ich gerade. Zack, zack, zack. Ja, zack, 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 zack. Vielleicht muss ich das mal machen. So, zack. Oh, das hat überhaupt nichts überrascht. Oh, das ist direkt nicht so. Oh. Nein! Hallo, Robert. Ich war auch hier. Ich wollte dir hinterher. Ich lasse dich doch da nicht allein. Ist doch froh. So nett von dir. Die Map hat zwölf Checkpoints. Zwei sind bei Checkpoint 5. Zehn Minuten? Hatte die andere Map nicht vorhin eine halbe Stunde? Ja, die hat recht wenig Zeit, ne? Das ist komisch. Komm doch, du Luli. Komm ich von hier aus wieder hoch? Ja! Hä? Nächster Checkpoint. Hä? Du musst hier jetzt hier lang? Das steht doch da gar nicht. Doch, bin ich doch 3. Da steht bei mir nur Maser hat ein Checkpoint erreicht. Ja, aber du siehst doch an der Seite, dass ich bei 3 bin. Nein, du lügst! Das geht nicht, dass der besser ist. Hä? Ach, hier muss ich gar nicht lang? Er hat mir nicht genug Kraft gegeben. Wer hat dir nicht genug Kraft gegeben? Die Toot Shower. Ja, was mache ich denn hier? Machst du gerade die Genki-Dama oder was? Ja. Mit F**k. Ich will hier nicht mehr rumkrebeln. Was tue ich denn? Neuer Checkpoint erreicht. Ne, Banana Checkpoint. Äh, Banana Play. Banana Checkpoint, Junge. Was ist das denn? Da muss ich auf einen Block... Spring doch! Wer schreibt... Wieso schreibt der Hacker? Ich schwitze übel. Ich will nicht mehr schwitzen. Es sind Einhaussprungen, Alter. Übelste Entfernung, du musst auf einen Block drauf. Ich probiere es einfach nicht. Das schrubst du dir nicht? Ja, jetzt komme ich hier rüber, oder was? Aber da nicht. Scheiß Leertaste, Alter. Ja. Eigenes Versagen immer auf die Leertaste schieben. Äh, sorry, Robert. Äh, aber ich freue mich gerade, dass ich bis hierhin gekommen bin. Weil die ganze Zeit... Also man muss... Hast du auch Kill, Aura, was? Voll das Arschloch. Schreiben Sie schon. Ja, das hat ja Bergmann sowieso gesagt, ne? Das enorme Hacker-Problem halt. Ich meine, der hat jetzt Flyhack angemacht und ist halt rübergeflogen, ne? Hm. Wir haben ja hier noch nichts... Oh, jetzt ist die Erre angekommen. Ich weiß nicht, wie soll ich das hier machen? Toll, ne, ohl. Oh, na, ah, okay. Von da aus habe ich den Sprung beschafft. Lupf. 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 Oh nice. Nein. Achso, jetzt ist eh vorbei. Ja. So, spätestens jetzt ist es auch wirklich vorbei. Das ist das Ziel. Wir verabschiedeln uns. Das ist das Ziel. Klar, hier kannst du schön entspannt langlaufen. Hier kommst du durch, oder? Habt man nicht mehr gesehen. Oh, da rasst du auch schon wieder lang. Oh, ja. Das reicht uns jetzt hier. Genau, das reicht uns. Ja, wenn euch das gefallen hat, wie wir uns hier mit hopp, hopp, höh, höh, durch das Spiel kämpfen... Dann guckt euch diese Folge immer wieder an, denn wir spielen es nicht nochmal. Doch, wenn ihr genug Daumen da lasst, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass das 20 Millionen Likes hat, dann machen wir es nochmal. Ja, nicht ganz, 20.000 reicht auch. Gut, 20.000. Okay, Verabschiedelung, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Kleinerffen. Tschüss. Tschüss.